In diesem Video werde ich zeigen, wie man mit Analogfilm Radioaktivität sichtbar machen kann. Dieses Prinzip heißt Autoradiographie und dadurch wurde tatsächlich Radioaktivität entdeckt. Der Physiker Henry Becquerel hat Uransalze auf eine Fotoplatte gelegt, was ähnlich wie dieser Film ist, und hat diese Fotoplatte dann im Dunklen aufbewahrt und den Film dann entwickelt. Und dadurch hat er dann gesehen, dass Strahlung emittiert wird, die den Film belichten quasi. Ich habe hier ein paar Filmschnipsel, mit denen ich schon rumexperimentiert habe. Dann habe ich hier auch einen Geigerzähler, endlich mal einen richtigen, nicht mal einen selbstgebauten. Dann habe ich hier auch meine Sammlung an radioaktiven Stoffen, mit der ich das Ganze durchführen werde. Und ja, dieser Film ist 120er-Film, also das sind nur so Schnipsel, das ist nicht dieser typische Filmstreifen. Ich habe hier nur so Schnipsel rausgeschnitten und die sind natürlich jetzt schon belichtet. Aber ja, den Film kann ich natürlich im Hellen nicht zeigen. Was ich aber zeigen kann, ist meine Sammlung an radioaktiven Stoffen. Und ich glaube, dann hole ich mir mal Handschuhe, auch wenn eigentlich nichts drankommen sollte an meine Hände. Okay, ich habe den Geigerzähler jetzt mal angestellt. Ich hoffe, man hört es klicken im Mikrofon. Ich halte es mal dran. Jetzt klickt es natürlich nicht geil. Jedenfalls öffnen wir einfach mal das Teil hier. Das ist eine mit Blei abgeschirmte Dose, die ich vor Jahren mal gebaut habe. Und das Erste, was wir hier drin haben, ist Autinit. Ja, Autinit heißt das. Das ist ein Uranmineral. Das war jetzt das Neueste, was ich habe. Und man kann sehen, ja, das tickt ganz schön. Wenn man es jetzt nicht ganz so gut hört, man kann auch hier sehen, wenn es tickt. Oder ich halte es mal ans Mikrofon. Ja, also da ist, das ist Uran. Geil, jetzt habe ich es mit der Hand angefasst, auch toll. Aber da sollte eigentlich nichts, ich habe das nie geöffnet, also da sollte nichts dran sein. Dann als nächstes habe ich eine Tüte mit einem Radium-Uhrzeiger. Ich kriege auch noch einen mit einer höheren Aktivität, aber den können wir einfach auch mal dran halten. Also der hat auch eine ziemlich hohe Aktivität. Höher als das Uranmineral, was ich habe. Dann hier habe ich einen, hier kann man den Text leider nicht mehr lesen, das ist ein Thorium-Glühstrumpf. Den sollte ich nur mit den Handschuhen anfassen, weil die Tüte nicht dicht ist. Ja, das ist glaube ich radioaktiver als das Radium. Und dann habe ich noch ganz tief da drin, das ist Uranglas, aber das strahlt nicht so stark. Also, ja, das hat ein bisschen erhöhte Strahlung, aber nicht super viel. Also, das meiste, was strahlt ist der Thorium-Glühstrumpf und das Radium. Und ich werde einfach mal, ich glaube mit denen mache ich das nicht, aber ich werde mal mit den drei Sachen hier versuchen, den Film zu belichten. Und werde einfach mal gucken, was wir auf den Film zu sehen bekommen. Was ich machen werde, ist, ich werde einfach den Film im Dunkeln rausholen, mir so Stückchen abschneiden, wie ich hier gemacht habe. So Stückchen, so wie es passt. Und dann werde ich einfach das radioaktive Material da drauflegen und dann werde ich gucken, dass auf den Film kein Licht draufkommt, bis wir es entwickeln. Und entwickeln, dazu kommen wir später auch nochmal, das kann man ganz leicht mit Haushaltsmaterialien, die man so kaufen kann, kann man den entwickeln. Okay, jetzt zur Entwicklung des Films. Und den Film belichtet, in Anführungszeichen, habe ich ja jetzt schon, das muss alles im Dunkeln passieren und den ganzen Film zu entwickeln, das muss auch im Dunkeln passieren. Deswegen habe ich das jetzt alles schon gemacht, weil man da nichts filmen kann, natürlich. Und der Entwickler ist Kaffeinol. Kaffeinol basiert auf Kaffeesäure und den kann man ganz einfach herstellen, indem man Instant-Kaffee nimmt. Auf einen Liter Wasser kommen 40 Gramm Instant-Kaffee, dann braucht man Zitronensäure, das sind 16 Gramm auf einen Liter und das hier ist Soda, da braucht man, Soda ist 56 Gramm auf einen Liter und dann hat man schon den Entwickler. Also das sind super einfache Haushaltsmaterialien und für mich hat er super funktioniert. Da kommt dann der Film rein, wenn man den belichtet hat, in Anführungszeichen, mit der Radioaktivität. Und danach wird der gewaschen, das ist jetzt hier schon braun, das ist Wasser. Und danach kommt der in ein Stopp-Bad. Der Stopp-Bad ist einfach Essigsäure, da habe ich diese Essig-Essenz genommen. Das hier sind 25% und das Stopp-Bad soll glaube ich 2% haben. Ich habe es aber jetzt einfach nur reingekippt und dann Wasser aufgefüllt. Also das ist jetzt nicht so genau, habe ich jetzt nicht so genau gemacht. Danach kommt das Fixier-Bad und das Fixier-Bad sorgt dafür, dass dann die Stellen, die nicht belichtet wurden, dass die hell bleiben, durchsichtig bleiben. Und das Fixier-Bad ist Natrium-Thyrosulfat, das müsste man dann auf Ebay bestellen zum Beispiel. Meins habe ich auf Ebay bekommen, aber alles andere kann man eigentlich im Supermarkt bekommen eigentlich. Wie gesagt, das findet bis hier zu dem Bad alles im Dunkeln statt, also kann ich davon nichts zeigen. Deswegen springen wir direkt zu den Resultaten und gucken uns den Film an. Der Film wurde übrigens 18 Stunden lang auf den radioaktiven Substanzen platziert. Hier haben wir unseren Film. Der Film ist leider ein bisschen dunkel, den habe ich dann wohl nicht richtig fixiert. Das Fixier-Bad hatte ich jetzt auch nicht abgemessen. Und den ersten, den wir uns anschauen, ist der von dem Autonid. Denn der ist leider nichts geworden, beziehungsweise nicht ganz so. Der ist leider im Entwicklerbad stecken geblieben und ich konnte ihn in der Dunkelheit nicht fühlen und nicht finden. Und dann habe ich das Licht angeschaltet und habe ihn dann gesehen. Also ob das jetzt wirklich vom Uran ist, weiß ich nicht. Aber man kann sehen, ich werde noch ein Foto machen, man kann das in der Reflexion nicht so gut sehen. Ja, so kann man es sehen. Da ist ein dunkler Fleck drauf. Ich weiß nicht, ob es vom Uran ist, hier von dem Autonid. Aber ja, das ist der erste Film. Der zweite Film ist leider auch nichts geworden. Das war der von dem Thorium-Glühstrumpf hier. Das ist der hier. Da kann man gar nichts drauf sehen. Das überrascht mich tatsächlich, weil das Thorium war ja relativ stark. Ja, ist auch nichts geworden. Muss ich vielleicht nochmal neu ausprobieren. Aber die zwei hier, die sind sehr interessant und ich glaube, dafür zoome ich einfach mal ran. Erstmal haben wir hier den hier. Das war vom Radium und man kann sehen, das Ganze ist ein bisschen auseinandergegangen. Ich glaube, das Radium war nicht ganz drauf, lag nicht ganz drauf. Deswegen ist das so ein schwammiger Punkt geworden. Ich habe schon das Ganze noch vor einer Weile schon mal ausprobiert und da sieht das Ganze so aus. Und man kann sehen, dass das von dem Radiumzeiger ziemlich genau drauf ist. Also das Radium kann man tatsächlich sehen. Das sieht sehr interessant aus. Und was noch interessanter ist, ich habe einen noch stärkeren Radium-Uhrzeiger bekommen. Und wenn wir uns den mal anschauen, so sieht das Ganze aus. Also man kann den sehr gut da erkennen. Was ich interessant finde ist, das hier ist der stärkere Radium-Uhrzeiger. Und man kann hier sehen, wie beim anderen auch, wo das Radium ist, aber man kann hier auch sehen, an der Seite sprüht das so weg. Und ich weiß nicht genau, kann das sein, dass das durch das Metall, das hier im Radium-Uhrzeiger ist, dass die Strahlung da drauf trifft und Röntgenstrahlung erzeugt? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas wird das ja irgendwie verursacht haben. Oder die Strahlung kommt einfach nur zur Seite hier raus und das ist alles. Aber das ist schon ziemlich interessant, dass man diesen Radium-Uhrzeiger sehen kann auf fotografischem Film. Und dann wird das ja irgendwie verursacht.